Kevin Prinz Boateng Buonaventura Und er schießt, super gemacht vom Torwart Eqbal Da kommt der Schuss, tolle Aktion vom Torwart Gutes Auge vom Assistenten, abseits Da verlängert er den Ball Boateng, macht er ihn Super Einsatz vom Torhüter Super Flanke Guter Einsatz, er hat den Ball Buonaventura Klasse aufgepasst vom Torwart Ball im Haus, Abstoß Klasse Parade, hier nochmal eine Wiederholung Ein guter Torwart ist eine Menge wert Jetzt Lewandowski Er hatte kurzzeitig nicht mehr den richtigen Halt Aber er fängt sich und hält die Balance Er versucht es Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart Nur ein Ballotelli Abstoss, da war keiner mehr dran Kevin Prinz Boateng Gute Freistoßposition, das ist eine gute Chance Den Ball Artneuer ganz ohne Probleme Robben Ein harter Zweikampf, aber alles fair Kevin Prinz Boateng Sauber und fair vom Ball getrennt hier Lewandowski Gibt's jetzt die Gelegenheit Jetzt das Zuspiel für Lewandowski Und den hält er fest, gut gemacht Mario Ballotelli jetzt Mario Ballotelli jetzt Abate Kevin Prinz Boateng Er bekommt die Unterstützung Jetzt Robben Lewandowski Ganz wichtig in dieser Szene Der Verteidiger holt sich den Ball Wird das eine Torchance Er schießt Er hält den Ball fest Das war wichtig Es fehlt so die zündende Idee beim FC Bayern Noch sind die Münchner zu harmlos vor dem Tor Er steht gut und hat den Ball Wobben Zuspiel auf Müller Lewandowski Die Flanke kann er nicht richtig verwerten Nee Er kommt zwar mit dem Kopf dran Aber ohne Druck, keine Gefahr Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft Er sieht hier die gelbe Karte Und das geht auch vollkommen in Ordnung Ich denke da kann er sich nicht beschweren Ich denke da kann er sich nicht beschweren Gut Es gibt Ecke Da kann er klären, gut aufgepasst Fällt jetzt das Tor Da passt der Verteidiger sehr gut auf Das ist beeindruckend Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass Und das mit einer solchen Sicherheit Sensationell Lewandowski Lewandowski Ribery Wacker am Ball Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor Müsste Ecke geben und die gibt es auch Super geklärt von Neuer Keine Tore zur Pause für beide Teams Vor allem Damit steigen wir ein in die zweite Hälfte Die Bayern mit dem Anstoß Und Müller Balotelli Niyang Wird es jetzt gefährlich Buonaventura Jetzt Müller Abate Carlos Bacca Gute Aktion vom Torhüter Und wieder ist er auf dem Posten Der ist wirklich schier unüberwindlich Es bleibt beim Unentschieden Den Ball leitet er weiter Da kommt der Schuss So wird das nix mit dem Tor Der Torhüter ist da Beide Torhüter hier heute in Topform Auch in dieser Niyang Gut abgeblockt Souverän gemacht vom Torwart Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen Niyang Den muss er jetzt machen Da kommt kein Mitspieler dran Damit ist der Angriff vorbei Es gibt Abstoß Eine gute Chance war das eben Sehen wir hier nochmal Robben Ribery Und den spielt er gleich wieder zurück Weiter Pass auf Lewandowski Jetzt schießt er Daneben Lewandowski macht ihn nicht Was kostet er jetzt Jetzt Robben am Ball Jan Oh nun Baka Superflanke Sie sind heiß auf den Sieg Hier hätte es mit der Führung klappen können Robben Ribery Baka an Ball Ganz klar Da muss er Freistoß pfeifen Gutes Zuspiel Da geht er runter Und kann den Ball abwehren Gut reagiert vom Torhüter So verhindert er den Rückstand Sehr gut reingespielt Er holt sich die Flanke Gut gemacht Douglas Costa an Ball Weiter Pass geht zu Thomas Müller Wird Thomas Müller Souverän Er hat den Ball Und jetzt tut das Costa Alaba Den Ball hält er gut Alaba Wahnsinn Er kann hier kurz vor der Linie klären Eine super Aktion Das hat er richtig gut gemacht Alaba jetzt am Ball Ribery Lewandowski Tolle Aktion vom Torhüter Also wenn die Trainer Ein extra Lob aussprechen Nach diesem Spiel Dann muss das An die beiden Torhüter gehen Da kommt der Schuss Boateng Das macht der Torwart gut Den Ball hat er Und Robben treibt den Ball nach vorne Er steht gut und hat den Ball Lewandowski jetzt Max S Menes am Ball Menes Das ist beeindruckend Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass Und das mit einer solchen Sicherheit Sensationell Und die Situation geklärt Alaba Da versucht es mit der Hacke Aber er kommt nicht durch Was fällt den Bayern noch ein Momentan müssten sie mit dem Unentschieden leben Vidal Robben Ribery Zuspiel für Robben Mit dem Tackling holt er sich den Ball Er sieht das Foul Zeigt aber Vorteil an Genau richtig So das Freistoßentscheidung Korrekt Bei der Entfernung zum Tor Wäre es eher das Abspiel gewesen Ja da direkt zu schießen wohl nicht die beste Idee Nun ein Robben Regulär sind es hier noch drei Minuten Robben Zapata Nian Ganz starke Aktion vom Torhüter Also eins ist auch mal klar Der Bursche wächst heute über sich hinaus Das ist kein Wunder Dass er noch keinen Treffer kassiert hat Wir sind Nun Götze Und nun ein Schuss Tor Das gibt's noch gar nicht Kurz vor Schluss Trefft sie doch noch Das wird ja immer besser Erst halten sie hier völlig überraschend mit Und jetzt gehen sie auch noch in Führung Und jetzt ist die Sensation Wirklich greifbar Lange ist nicht mehr zu spielen Ein echter Krimi Quasi mit dem Schlusspiff Gehen sie hier in Führung Und das muss es eigentlich gewesen sein Vidal am Ball Das Spiel ist vorbei Der unparteiische hat abgepiffen Sie verlieren dieses Spiel Klassische Reporterfrage Woran lag's Buschi? Ja meiner Meinung nach Haben sie einfach nicht genug investiert Mir hat so ein bisschen der Wille gefehlt Das war gut was er heute angeboten hat Ja der hat das Spiel entschieden Mit seinem späten Treffer Das ist natürlich das Entscheidende Buonaventura Und er schießt Super gemacht vom Torwart Eckball お media Vorher misconception Egal A A A A A A A Vielen Dank.